Wirst du Papa eigentlich verzeihen? Ich weiß nicht. Zunächst einmal ist es wichtig, dass Papa überlebt. Ja, ich hoffe, dass Papa gesund wird. Ich auch. Bringen Sie den Patienten in den Operationssaal. Ja, sofort. Zwei Arterien sind verstopft. Wir müssen sie freimachen. Lass uns schnell ins Krankenhaus rennen. Papa braucht uns. Ja, Mama. Da ist die Anmeldung. Lasst uns fragen, was mit Papa los ist. Hallo, wir wollen zu Paul Müller.